Der FC Barcelona macht wohl ernst bei Hansi Flick, denn jetzt ist ein Bericht rausgekommen, die Katalanen sollen sich bereits mit dem Trainer beschäftigen und sogar schon Kontakt aufgenommen haben. Wird Hansi Flick jetzt der neue Trainer vom FC Barcelona? Zudem gibt es einen interessanten Bericht. Xavi, der aktuelle Trainer von Barcelona, ist ab Sommer potenziell verfügbar. Und jetzt gibt es einen Bericht darüber, dass er auf einer Interessensliste von Borussia Dortmund steht. Könnte Xavi bereits ab Sommer bei Dortmund übernehmen? Zudem soll es auch noch einen weiteren Trainer geben, quasi die große Trainer-Episode heute. Es soll um Jose Mourinho gehen. Er könnte jetzt tatsächlich zurückkehren, zurück zu seinem vorherigen Klub, zu Manchester United. Genau darüber gibt es jetzt einen Bericht aus England. Alles dazu und noch mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Und das soll, ja, Hansi Flick sein. Der deutsche Trainer ist seit seiner Entlassung bei seinem vorherigen Klub, bei der Nationalmannschaft, beim DFB ohne Job. Das bedeutet, seit circa einem halben Jahr ist Hansi Flick zu Hause, er ist wohl aktuell viel im Urlaub und jetzt ist er wohl auch bereit, wieder einen neuen Job zu übernehmen. Ihn würde einen Job auf Klubebene reizen und am besten im Ausland, weil, das versteht man sicher, jeder Schritt in der Bundesliga nach dem FC Bayern München wäre potenziell ein Rückschritt. Und anscheinend meinen es jetzt die Katalanen so richtig ernst, denn Sportdirektor Deko als auch Präsident Jordan Laporta, sie sehen in Flick den perfekten Nachfolger von Xavi. Logischerweise macht das auch Sinn, denn in seiner letzten Klubstation hat er alles gewonnen. Das Sextupel mit dem FC Bayern München hat sich dann vorzeitig verabschiedet. Und jetzt geht die Katalanen wohl all in. Sie haben wohl bereits ersten Kontakt mit Hansi Flick aufgenommen. Man soll wohl mit Hansi Flick ganz offen gesprochen haben, man soll gesagt haben, hier, du bist einer von unseren Kandidaten als möglicher Nachfolger von Xavi Hernandez, wie stehst du denn zum ganzen Thema? Das etwas Kuriose daran, dieses Telefonat oder dieser Kontaktaufnahme, die soll kurz darauf oder sogar im Spanien Urlaub von Hansi Flick stattgefunden haben. Also von daher war er vielleicht einmal jetzt im Urlaub in Spanien, vielleicht hat es ihm da so gut gefallen, dass er vielleicht dort bald länger ist. Wie gesagt, es gibt noch mehrere Kandidaten auf der Liste, auch angeblich Jogi Löw und Jürgen Klopp als auch Julian Nagelsmann stehen auf der Liste. Aber auch andere Trainer vom zum Beispiel FC Bologna, Thiago Motta, vom FC Girona Michel, von Real Sociedad, Imanol Aguasil, alles Trainer, die auf dieser Liste stehen. Aber Flick gilt als absoluter Top-Kandidat, zum einen natürlich, weil er frei wäre, zum anderen, weil er vermutlich auch auf dieser Liste wohl einer der besten Trainer ist. Wie Flick zum ganzen Thema steht, das ist allerdings nicht bekannt. Wie gesagt, Barca und Flick, das hat schon eine längere Geschichte, das hat 2021, also vor gut drei Jahren, schon mal so ein bisschen angebundelt. Da gab es auch schon einen Videocall zwischen Laporta und Flick und er wollte ihn von einem Engagement bei den Spaniern eben überzeugen. Damals sagte Hansi Flick ab und entschied sich dann für den DFB. Und Barca wiederum, sie entschieden sich für die Verpflichtung von Xavi. Vielleicht haben hier beide einen Fehler gemacht und finden jetzt einen Weg wieder zusammen. Das wäre schon sehr, sehr überraschend. Aber wie geht es dann weiter mit Xavi? Ja, da gibt es jetzt tatsächlich einen ganz, ganz interessanten Bericht. Xavi, er soll tatsächlich auf einer Liste von möglichen Trainerkandidaten bei Borussia Dortmund aufgetaucht sein. Und das kommt schon ziemlich überraschend, dass hier Borussia Dortmund anscheinend sich mit Xavi mal beschäftigt hat. Aber wir reden jetzt tatsächlich nicht von diesem Jahr, denn wir haben es mittlerweile mitbekommen. Ja, es gab sehr, sehr viel Kritik an Edin Terzic. Ja, er war auch mal eine Zeit lang nicht so fest im Sattel. Aber mittlerweile ist es wohl wieder so, dass man dem Trainer vertraut. Man glaubt, seine Arbeit macht Sinn. Und das haben jetzt ja auch die letzten Siege gezeigt. Er zeigt anscheinend, kommt so langsam die taktische Maßroute von Terzic bei der Mannschaft an. Wobei man wiederum sagen muss, die letzten Spiele waren auch alles gegen eher schwächere Gegner. Da kommen jetzt auch ein paar Brocken auf die Dortmunder zu. Und dann wird sich auch so ein bisschen zeigen, ob man jetzt eben das vom Trainer umsetzen konnte, was man sich eben erhofft hat. Und dann wird es auch nochmal eine Bewährungsprobe für Edin Terzic. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Borussia Dortmund, er war wohl tatsächlich ein Kandidat bei ihnen. Die Rede ist von Xavi, denn 2021 hätte man wohl Xavi gerne als Trainer eingestellt. Das hat jetzt die AS berichtet. Demnach war der BVB wohl an Xavi interessiert. Er war ja damals noch bei Katar unter Vertrag. Und es war wohl klar, dass er wohl jetzt bald den nächstgrößeren Schritt auf, ja ich sage mal, Klubebene machen wird. Aber das war nicht Borussia Dortmund. Und denen hat er abgesagt. Stattdessen entschied er sich für eine Rückkehr zu einem seiner Herzensvereine. Und das ist natürlich der FC Barcelona. Seither hat er das Zepter in die Hand. Und im Sommer werden sich die Wege trennen. Xavi wird dann eine einjährige Pause einlegen. So zumindest aktuell der Plan. Und dann könnte es vielleicht 2025 was bei Borussia Dortmund werden. Das zumindest ist wohl mal eine Option, die man auf jeden Fall offen lässt. Denn ob es weitergeht mit Edin Terzic, auch in der nächsten Saison und darüber hinaus, das ist natürlich aktuell noch komplett offen. Zumindest mal waren die Dortmunder ja schon mal an Xavi interessiert. Vielleicht kann er sein taktisches Wissen, er ist ein ehemaliger Mittelfeldstratege, vielleicht kann er dieses Wissen auch mal bei Borussia Dortmund weitergeben. War schon eine ziemlich überraschende Nachricht, dass so ein Bericht jetzt aufgetaucht ist. Zumindest mal war Borussia Dortmund wohl an Xavi interessiert. Sie hätten ihn zu ihrem Cheftrainer gemacht. Und das ist schon eine Überraschung, finde ich. Und eine Erwähnung in diesem Video wert. Und damit gehen wir zum nächsten Thema. Und das könnte wohl ein ziemlich heißes Thema werden. Es geht um Jose Mourinho. Denn er möchte jetzt wohl nach England zurückkehren. Und nicht zu irgendeinem Klub. Nein, er möchte tatsächlich zu seinem Ex-Klub zurückkehren. Zu Manchester United. Und das wäre schon ein echter Hammer. Dort ist Trainer Eric Den Haag definitiv nicht der mit dem festesten Job. Denn da läuft das Kunterbund nach Sancho. Und jetzt Rashford, der nächste Profi, der sich so ein bisschen querstellt und auf die Abschussliste von Eric Den Haag fällt. Zumindest mal deutet es sich so langsam an. Und das könnte natürlich auch irgendwann dazu führen, dass Den Haag bei United entlassen wird. Denn die Leistungen, die gezeigt werden, die sind nicht die, die man sich erwartet hat beim Manchester Club. Man ist sang- und klanglos aus der Champions League ausgeschieden und so weiter. Könnte das dann ein Rückkehr von The Special One werden? Zumindest mal ist seit der Freistellung bei Arsenal der Trainer ohne Klub. Und die Frage ist, wie lange? Da gab es Gerüchte rund um Saudi-Arabien. Darüber habe ich euch berichtet. Jetzt bringt die Daily Mail tatsächlich einen Bericht heraus in England, dass der Portugiese wohl sehr, sehr gerne zu Manchester United zurückkehren möchte. Der Grund, er hat dort eine offene Rechnung und möchte deshalb eine Rückkehr zu den Red Devils. Die Daily Mail schreibt, ich zitiere, er strebt danach zu United zurückzukehren, gerade weil es beim letzten Mal so unglücklich endete. Es ist seine Mission, rückzukehren. Das soll wohl ein anonymer Freund des Portugiesen gegenüber der Daily Mail gesagt haben. Ein Faktor, der für ihn entscheidend sein soll, ist wohl die neue Führung von United. Da ist jetzt ja mittlerweile Sir Jim Radcliffe tätig und das würde wohl auch Mourinho reizen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Da gibt es auf jeden Fall noch kein Zerwürfnis wie damals mit der Glazer-Familie, denn das, United und Mourinho, das lief nicht so gut. Klar, man hat damals mit den Red Devils in 2017 die Europa League gewonnen und der andere war da auch Zlatan Ibrahimovic dabei, ich erinnere mich noch. Aber man wollte natürlich wieder United zu all dem Glanz bringen, dass man ganz oben in der Premier League mitspielt. Das hat bis jetzt kein Trainer geschafft und das ist wohl die große Mission von Jose Mourinho höchstpersönlich. Er möchte das irgendwie hinbekommen. Ob er das schafft, ich bin mal sehr gespannt. Das war der Bericht von heute. Das war es von mir. Morgen schauen wir nochmal, was alles am Deadline-Day noch passiert ist, welchen Transfer wir vielleicht nicht gesehen haben und so weiter und so fort. Und schaut gerne auf dem Hauptkanal vorbei. Da gibt es heute noch einige spannende Einblicke in Transfers in der Bundesliga. Das war es von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.